Affirmative Actions sind Maßnahmen zur Überwindung von Diskriminierung im professionellen und öffentlichen Leben. Affirmative Action-Maßnahmen beziehen sich dabei auf akademische Einrichtungen, Unternehmen, politische Ämter und Behörden. Affirmative Actions lassen sich in drei Typen unterteilen. Erstens, Ausbildungsprogramme sollen berufliche und akademische Qualifikationen von Minderheiten verbessern. Zweitens, Unternehmen, Organisationen und Institutionen sollen ihre Ziele und zeitlichen Richtlinien so setzen, dass eine flexible Aufnahme von Minderheiten ermöglicht wird. Drittens, es soll feste Quotenregelungen geben, durch die der Anteil von Minderheiten in Unternehmen, Organisationen und Institutionen angehoben wird, bis eine proportionale Repräsentation erreicht ist.